Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz recht herzlich hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, denn wir möchten ganz gerne gemeinsam mit über 60 Medienreferenten und Experten euch die geistige Welt näher bringen. Wir möchten Unterstützung geben, Impulse geben mit all den Beiträgen, die auf diesem Kanal laufen, aber auch mit den Beiträgen, Meditationen und Channeling, die im Bereich des Channeling-Portals und der Kongresse und Events veröffentlicht werden. Also, wenn du uns noch nicht kennst, kannst du dich natürlich gerne in den Newsletter eintragen, schon mal prophylaktisch unseren YouTube-Kanal hier abonnieren und jetzt natürlich erstmal die Sendung genießen. Und in dem Format, im Gespräch mit, möchten wir ganz gerne Referenten vorstellen, Medien vorstellen, Menschen vorstellen, die bei uns hier in der Gemeinschaft mitwirken und sich einbringen, um ein neues Feld und neue Impulse auf diese Welt zu bringen. Ja, und so begrüße ich heute hier ganz, ganz recht herzlich Martina Schale-Heiler. Liebe Martina, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Ja, grüß dich. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und du an alle, die zugeschaltet haben, die zuschalten werden. Martina, du bist ja Medium und Aura-Meisterin. Du hast mal eine Ausbilderin eigentlich zur Dolmetscherin angefangen und hast dann viele verschiedene Fortbildungen, Ausbildungen auch im Bereich künstlerischen Themen, aber auch dann spirituellen Themen durchlaufen. Und sagst heute, du nimmst dein gesamtes Wissen und bist Dolmetscherin für die Engel. Das heißt, du hast das Übersetzen dir im Herzen bewahrt und hast einen wundervollen YouTube-Kanal und ganz viele tolle Meditationen auch auf deinen Webseiten. Martina, wie bist du denn da mal zugekommen, von dem Dolmetscher der menschlichen Sprache hin zu den Dolmetschen der Frequenzen und der Engelssprache? Also, das Ganze, also ich bin schon, ich bin, wie sage ich das, von der Astrologie her ein Doppelfisch mit ganz viel Witter in der, also ich bin Doppelfisch, Astro, Sternzeichen und, wie heißt das, Sonne und Aszendent, genau. Und das heißt, ich habe mich so mein ganzes Leben lang eigentlich so leiten lassen. Also, ich habe immer geschaut, wo, wo führt mich mein Herz hin, wo zieht das mich hin? Und dann kam so der erste Impuls, also da hat eigentlich schon die Medialität angefangen, muss ich sagen, die Intuition, ich muss nach München. Also, ich bin auf dem Land aufgewachsen, auf dem Bauernhof und das war jetzt nicht so der erste Gedanke, dass man sofort, ja, in die Stadt geht und da irgendeine Ausbildung macht. Und da hat es mich halt hingezogen, zum einen ans Theater irgendwie, also zu einer Schauspielausbildung, die ich dann nicht begonnen habe, aber mich hat es schon mal da hingezogen. Und dann hatte ich super viel Spaß einfach mit Englisch und dann kam ich so auf diese Dolmetscher-Ausbildung. Und irgendwie hat sich das gut angefühlt, nach München zu gehen. Und ich habe dann eine andere Ausbildung abgelehnt, Gott sei Dank, wo ich nach Ettal hätte gehen müssen. Und ja, dann war ich in München und bin einfach immer wieder meiner Intuition gefolgt und habe dann so künstlerische Ausbildungen nebenher gemacht und habe dann auch angefangen, mit 16, 17 Musik zu machen. Ja, und da habe ich dann angefangen, so dieses, ja, so meinem innersten Ausdruck zu verleihen und habe angefangen, Texte zu schreiben und habe immer irgendwie intuitiv geschaut, was kommt denn da von selber, also nie, über was möchte ich. Also das kann ich überhaupt nicht, leider kann ich das nicht, immer noch nicht, leider. Sondern ich höre dann immer, was kommt da und dann habe ich das so runtergebracht und die Jahre danach habe ich den Text mal einem damaligen Freund gegeben und der war ganz schockiert, weil er was ganz anderes verstanden hat, wie ich geschrieben habe. Und damals war ich in so einer Selbstfindungsphase und das war alles irgendwie, ich war ganz viel wütend und so. Und dann waren halt die Texte irgendwie auch so ein bisschen komisch. Und mein damaliger Freund, Kollege, der hat das ganz anders verstanden und das, was er lautmalerisch verstanden hat, war viel, viel besser, als wie das, was ich damals geschrieben hatte. Ich hatte nur das, was ich gehört habe, hingeschrieben. Und das, was er aber dann übersetzt hat, das war viel, viel schöner. Und ich dachte mir, wow, also damals war der Kanal noch nicht so ganz offen halt. Aber so habe ich angefangen, also Step by Step so. Bis ich dann später halt dann, das war dann 2007, dann auf die ersten Channelings gestoßen bin. Davor war ich zwar auch schon spirituell unterwegs auf Satsangs und so und habe die Energie genossen und mich schon, ja, da in den Energien total wohl gefühlt. Aber dann war auf einmal, 2007, habe ich dann auf einmal angefangen, die Texte, die Channelings fühlen zu können. Und das war wie so ein Erwachen und dann auf einmal ging es ganz schnell eben 2008, dass ich angefangen habe zu channeln mit einer Ausbildung. Tatsächlich habe ich das dann, diesen Zugang quasi nochmal eröffnet. Ja, und seitdem channele ich. Großartig. Aber das ist ja auch spannend, wie du sagst. Ja, ich würde ja auch gerne mal was konstruieren an Text, aber das kann ich leider gar nicht. Ich muss immer das nehmen, was in der Luft liegt. Das ist wirklich ganz schlimm. Also ich will dann über irgendwas schreien. Also selbst, ich kann einfach nicht. Das muss zu mir kommen oder wenn nicht, dann, ja. Super, super. Aber es ist ja auch wirklich so, also ich erlebe das auch immer wieder, dass ja auch Ideen, also egal welche Idee, ich bin da fest von überzeugt, egal welche Idee irgendein Mensch aufschnappt, sie ist ja nicht von dem Menschen in Häkchen, sondern sie ist schon da gewesen, sie ist im Raum, sie ist sozusagen vorhanden und man nimmt sie dann auf. Ja, und so ist das ja, fühle ich es auch mit den Texten oder mit den Inspirationen, die du dann bekommst oder Themen, die du auch channelst, dann vielleicht auch von Wesenheiten. Das ist ja letztendlich nur eine andere Form der, ja, ich sag mal, Antennenausrichtung, um Dinge eben aufzunehmen. Und in Wirklichkeit sind die halt einfach da. Das ist klasse. Aber das habe ich auch noch nicht gehört, dass jemand sagt, naja, also so, wenn ich jetzt einen Text schreiben wollen würde und mir das durchdenken würde, würde es gar nicht gehen. Das finde ich super. Das ist wirklich, wenn man, mein bester Freund, der kann das nämlich, der kann ganz logisch und präzise und das bewundere ich. Ich kann das nicht einfach. Ja, super. Ich kann so, das muss kommen von selber und das muss so fließen und wenn es nicht, dann ja, geht es nicht anders. Sehr schön. Das heißt ja auch, deine Meditationen sind ja dann auch geschennelt eben und du hinterlegst sie aber auch mit wundervoller Musik, die du dann aber selber auch komponierst oder die zumindest bei dir im Team entsteht. Wie ist da so der Prozess? Ja, ich arbeite mit einem Komponistenteam zusammen und also die ersten zwei Channelingstücke habe ich tatsächlich noch angefangen. Das war vor zwei Jahren oder so. Und dann habe ich angefangen und das Ding gegeben und er wollte eigentlich Unterstützung haben, dass man das zusammen fertig baut, fertig produziert. Und dann haben die das gemacht und das wurde ganz, ganz wunderbar und hat ganz viel Anklang gefunden damals über den YouTube-Kanal auch schon und hat so einen Schub gegeben dem Ganzen, also meinem Wirken auch und auch diese Zusammenarbeit auf musikalischer Ebene. Und das haben wir dann fortgeführt und wir arbeiten jetzt eben weiter musikalisch und immer wieder auch neue Musikstücke. Und ich merke so, dass es für mich als Musikerin im Herzen ist es sehr, sehr wichtig, die Musik, die dann kommt, die hilft mir halt, mich einzustimmen und ja, ganz zu öffnen für das, was dann kommen mag und auch mit dieser Musik zu fließen. Also für mich als sehr fließendes Wesen, sage ich mal, als Doppelfisch enorm wichtig, dass das so smooth dahin gleitet mit der Musik. Und ich meine, ein paar Musikstücke, die sind so ein bisschen herausfordernder, ein bisschen experimenteller, sage ich mal. Das ist nicht ganz so total klassisch Channeling-Musik, wie man sie so sonst so hört, die sonst, es ist oftmals auch nur ein Ton zum Beispiel. Und da probieren wir auch ein bisschen andere Sachen aus, einfach weil ich halt auch Musikerin bin und das auch mag, wenn es auch mal an manchen Stellen ein bisschen dissonant sein darf. Das ist dann eher so Transformationsmusik, sage ich mal. Ist schon herausfordernd für den einen oder anderen. Aber ja, also ich finde, es ist wichtig, dass Musik bunt ist, dass es nicht nur immer so ein Einheitsbrei ist, was auch sehr schön sein kann, absolut. Aber ich finde es schön, wenn man da so ein bisschen mehr ausprobiert. Also mir ist es wichtig, auch über die Musik in den Channeling auch ein bisschen kreativen Spielraum zu haben, auch, ja. Ja, und das ist ja ein wichtiges Element, finde ich immer wieder, die Musik und die Meditation, die ich von dir schon erleben durfte, haben mich wirklich musikalisch eben sehr auch in dieses Feld, in diese energetische Botschaft mit reingeführt. Also das ist für mich schon so auch, dass das ein Teil des Channeling letztendlich ist. Also das finde ich mega. Ja, das geht Hand in Hand. Das ist so 50-50. Weil die Musik ist auch gechallt, also sie ist auch in Zusammenarbeit mit den Engeln entstanden. Und deswegen, die trägt auch die Grundenergie schon. Und dann setzt sich einfach so die Energie nochmal drauf, also die, je nachdem. Und das ist auch so krass, dass je nachdem, welche Wesenheit spricht, auch die Musik ganz anders wirken kann. Also ich bin mir echt erstaunt, dass dieselbe Musik, die kann so total zart oder erfordernd wirken. Und ich denke, krass, ja, was da die Energien, natürlich die Worte, aber auch die Energien so ausmachen. Das ist wie beim Spielen, wenn da andere Bilder zur Musik gezeigt werden, kann das Bild anders wirken. Das ist ja auch umgekehrt. Ja, es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Frequenzen und Energien. Und die geben natürlich wieder ein ganz neues Gesamtbild dann ab von den Einzelteilen. Aber das, was du gerade beschreibst, ist ja schon echtes Teamwork. Also du bist ja in einer Gruppe dann aktiv. Also nicht nur, dass du die Musiker mit an deiner Seite hast und selber ja auch dann die Meditationen channelst, sondern die Meditationen kommen ja auch dann eben von Wesenheiten, von denen du gerade gesprochen hast. Also das ist schon eine Gruppe von unterschiedlichen, ich sag mal, Energien, Formen und Persönlichkeiten, die dann das gemeinsam kreieren. Und das ist ja auch das Thema, in das wir so ein bisschen tiefer einsteigen möchten, nämlich die Kraft der Gruppe und die Verbundenheit im Licht. Also dieses gemeinsam etwas zu bewirken, ist ja etwas, was du ja sehr liebst und wo du auch drin aufgehst und wo du sagst, da liegt auch letztendlich die Zukunft für uns. Wir sind eben keine Individualisten total, sondern es geht eher darum, auch die Stärke in sich selbst zu finden und das in der Gruppe dann letztendlich auch mit einbringen zu können. Wie würdest du sagen, kann eben gerade eine Band oder Musik machen, dieses Miteinander, das heißt das Miteinander in einer Gruppe auch zu harmonisieren, denn nicht jede Gruppe ist gleichzeitig auch, ich sag mal, in der Kraft. Wie kommt man da am besten hin? Wie würdest du das definieren? Also ich würde sagen, in erster Linie miteinander reden über die selben Ziele bei einer Gruppe jetzt. Und dann, also ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich halt zwei Projekte habe mit Leuten, die zu zweit sind. Also da sind wir zu zweit. Es hat sich reduziert von einer Fünfergruppe auf einer Zweier, weil man merkt so, wow, also man muss wirklich über die Zeit dieselben Ziele haben und sich führen lassen. Manchmal geht halt, manche Projekte gehen auseinander und dann führt es wieder zu etwas Neuem zusammen. Und ich merke so in dieser Zeit, da ist jeder aufgefordert, nochmal mehr in seine eigene Lichtkraft und Strahlkraft zu gehen. Das erhöht so die eigene Energie auf eine ganz neue Stufe. Und dann werden nochmal neue Ebenen sich öffnen, neue Netzwerke sich erschließen können, weil man sichtbarer wird und so die passenden Menschen zu sich anzieht. Ob das jetzt musikalisch ist, ob das beruflich ist, ob das anderes Netzwerken ist. Aber ich sehe so für die kommenden Zeit, dass es immer, immer wichtiger wird, aus der eigenen Strahlkraft heraus sichtbar zu werden, zu leuchten, damit man gefunden werden kann von den Menschen, die einen suchen. Nicht nur, also ich meine jetzt vor allem jetzt für diese Zusammenarbeiten, aber auch zum Beispiel, wenn man heilerisch tätig ist, dass man einfach sichtbar wird für die Menschen. Also dieses Ausstrahlen und dafür selber in die eigene Strahlkraft zu kommen, da könnte man natürlich auch sagen, jemand, der so in der Strahlkraft ist, der hat in der Gruppe natürlich dann wieder ein schweres Spiel. Aber unterm Strich, wenn jeder in seiner Strahlkraft ist und seinem Herzen folgt, so verstehe ich das, dann haben wir natürlich eine ganz andere Energie in so einer Gruppe. Das heißt, es wird sich sicherlich auch dann in so einer Gruppe ja was ganz Neues formen. Also ich habe das für mich immer so verglichen mit so Sandkistensituationen. Also Sandkiste ist für mich dann immer eher ein unreifes Verhalten, wo dann eher noch, ich sag mal, alte Spielregeln herrschen mit Ego und ich will und ich muss und so. Und da gibt es ja auch eine Transformation. Wir erleben ja momentan überall Transformation und zunehmend sehen wir auch, dass sich wieder Gruppierungen finden, dass man sich zusammentrifft, dass man gemeinsam eben ein Energiefeld auch aufbaut. Also ist dieser Schritt aber wirklich auch zu sich zu kommen und dann ein Resonanzfeld aufzubauen, aus deiner Sicht das Essenzielle. Absolut. Ja, und dann den anderen auf Augenhöhe zu begegnen. Jeder hat so wertvolle Schlüssel in sich, so wertvolle Fähigkeiten und das kann man nutzen miteinander, auch in Teams eben. Teams zu bilden und da ja, wahrscheinlich in erster Linie diese auf auch, wie sagt man, nicht hierarchisch, aber manche Strukturen sind besser auch hierarchisch, wenn das auf wirklich liebevoll auf Augenhöhe, ich meine jetzt die nicht bewertende Hierarchie. Das ist was anderes, wie dieses von oben herab und den anderen schlecht machen und als weniger bewerten, sondern manchmal ist die Aufgabenverteilung auch hierarchisch ganz schlau, weil also was ich, das wurde auch schon von anderen Medien auch bestätigt, dass ich schon mal gesehen habe, für die neue Erde ist so ein Rad der Weisen, der sich bildet. Also das fände ich wirklich sinnvoll, wenn es dann ein paar, also dass man nicht sagt, man macht das alles demokratisch, man, jeder hat eine App und alle Menschen stimmen ab, für manche Sachen bestimmt sinnvoll, aber überhaupt für so, für ganz wichtige Sachen wie zum Beispiel, wie verteilt man weltweit den Strom, also das könnte man auch in Afrika zum Beispiel Solar zählen oder was weiß ich. Also es gibt bestimmt ganz tolle Lösungen für die Menschheit insgesamt, wo ich fände, das wäre so cool, wenn es ein Rad der Weisen gäbe, die keine Lobby hinter sich haben, die einfach wirklich aus dem Herzen, aus der Liebe, aus der Verbundenheit zum höchsten Wohle der Menschheit entscheiden. Dann finde ich das halt mega, also für diese Zeit. Also manche Sachen muss halt wirklich entscheiden für die Menschheit, wie, dass man das Plastik weglässt und ersetzt. Also es gibt so Entscheidungen, das wäre schon gut, wenn das so für alle mal mitgetroffen wird. Ja, du sagst gerade der Ältestenrat, das führt mich natürlich schnell zurück zu diesem Bild, also so wie das früher eben, ja, alte Kulturen ja auch hatten. Also ob das Indianerstimme waren oder auch heute eben Ureinwohner noch pflegen, die haben eben diesen Ältestenrat. Da waren aber auch Gruppen natürlich noch mit einer ganz anderen Bedeutung versehen. Die Gruppierungen damals, da ging es ums Überleben. Man hat gemeinsam sozusagen einen Raum, ein Feld geschaffen, in dem jeder Einzelne überleben konnte. Und dann hat sich über die vielen Jahrhunderte das in unserer Gesellschaft ja so hin entwickelt bis, ich sag mal, zum Höhepunkt des Individualistentums, dass jeder alleine in einer eigenen Wohnung wohnt, natürlich super überleben kann, was ja auch schön ist an der Sache. Aber ich glaube, dass ganz viele Menschen darunter ja auch sehr, sehr leiden. In diesem Einsamsein, der letztendlich dieses Einsamsein ja daraus resultiert, eben diese hohe Individualität zu leben. Ist das so ein Pendel? Ist das sowas, was hin und her schwingt? Wie siehst du diese Entwicklung? Also sind es diese alten Gruppierungen, diese alten Gruppenbildungen aus dem eher ethnischen Bereich heraus, der Urentwicklung, die uns heute als Vorbild dienen können? Oder ist das wirklich was ganz Neues? Also ist es eine Mischform? Ja, ich bin gespannt. Also ich denke, dass wir sehen, wie es sich ergibt. Ich sehe schon für die, was ich so sehe, für diese neue Zeit sind durchaus einige Gruppierungen, die sich bilden werden. Ja, also vielleicht auch sowas wie Lichtstätten, dass sich Menschen zusammenfinden, die die gleiche Vision für eine neue Erde in sich tragen, die auch Heilzentren miteinander bilden, die sich vernetzen, die miteinander arbeiten, miteinander wirken, die so Tempel des Friedens und der Heilung, der Regeneration an verschiedenen Orten kreieren, wo einfach Menschen hinkommen, um sich ausruhen zu können. Also diese Art von Gruppierungen als Zusammenarbeit sehe ich ganz viel. Natürlich die Menschheit als Ganzes, die sich immer mehr als Gruppe erkennt, die große Menschenfamilie. Das ist natürlich eine riesige Gruppe, wo jeder einzelne Teil davon ist, so oder so. Und diese Individualisierung, die stattgefunden hat, das war ein ganz wichtiger Prozess für jeden Einzelnen, um sich zu erkennen. Also es ist ja eine ganz große Chance, wenn man eben sich getrennt erlebt, dann wieder in dieses Einheitsbewusstsein zurückzukehren. Also das ist schon eine bewusste Entscheidung gewesen von jedem Einzelnen, dann sich so in der Einsamkeit oder Abgetrenntheit wiederzufinden, um das dann wieder umzukehren in dieser Zeit. Also es ist ja jetzt diese Zeit des Erwachtens, wo es möglich ist, in dieses Einheitsbewusstsein erstmal einzutauchen. Und das steht so für mich an erster Stelle, dass man diese Einheit wieder fühlt, um daraus heraus wieder in diese Verbindung zu gehen. Dann erhebt man es wirklich auf eine neue Stufe für die ganze Erde. Und das ist eigentlich auch so diese Basis, finde ich, für mich, um wirklich Entscheidungen für eine Gruppe von Menschen zu treffen, wenn man beispielsweise ein Entscheidungsträger ist, wie so ein Rat der Weisen. Vielleicht gibt es eben dann auch Gemeinden, die halt auch so kleine Räte haben, wo wirklich Menschen entscheiden für die Gruppe. Aber nicht, weil sie aus Machtgier das tun, sondern weil sie, weil es einfach eine gute Aufgabenaufteilung ist für vieles. Nicht für alles vielleicht, aber für vieles. Ja, und das natürlich auch, ich meine, heute mit den technischen Möglichkeiten können wir auch Demokratie-Apps machen, für viele Sachen abstimmen. Zum Beispiel könnte man auch mal abstimmen, dass es ein komplettes neues politisches System gibt. Kein Parteien-System mehr, das ist ja total veraltet, sondern wir könnten alle abstimmen, möchten wir ein neues System? Ja, nein. Oder wie es in der Schweiz ist, über einige Sachen, dass man direkt entscheiden kann. Das ist jetzt nicht möglich. Es ist ja jetzt wirklich viel Zeit vergangen, seit diese Systeme erschaffen wurden. Wenn man jetzt nach draußen schaut, dann sieht man ja auch, dass sich vieles gerade förmlich in selbst auflöst, von selbst auflöst. Diese Transformation einer Gesellschaft, ich habe immer gerne das Bild so von einer Gesellschaft hin zu einer Gemeinschaft. Und in der Gemeinschaft schwingt für mich eben auch noch mal ein ganz anderes Bewusstsein mit. So wie du sagtest eben, zum Wohle der Gemeinschaft entscheidet dann ein Waisenrat oder Ältestenrat und nicht zum Wohle derer, die genug Geld haben, um Schmiergelder zu zahlen. Das heißt also, das erfordert letztendlich dann aber schon auch ein ganz neues Bewusstsein. Absolut, das ist die Vortrausstellung überhaupt, dass man da reingewählt wird. Ja, aber auch ein Bewusstsein für alle, die an der Gesellschaft oder an der neuen Gemeinschaft viel mehr Teilhabe dann haben. Denn jeder, der da reingeht, ist ja dann auch aufgefordert, natürlich das Weltbild noch mal zu überdenken, was man bisher hatte. Und ein neues, ich würde sogar sagen, sich nicht denken, sondern ein neues Weltbild zu fühlen. Also diese Verbundenheit, von der du gesprochen hast. Wenn ich das jetzt mal so vergleiche mit dem, was wir jetzt auch schon erleben durften im Rahmen des Channeling-Kongresses, wir hatten jetzt im letzten Jahr 2021 über 27.000 Teilnehmer. Und wenn wir gemeinschaftlich in Meditation waren, wo dann mehrere tausend Menschen daran teilgenommen haben, dann war ein Feld zu fühlen, dann war eine Herzensverbindung da. Und das war räumlich und zeitlich ja völlig unabhängig. Man hat also wirklich diese Verbindung gespürt. Und ich würde jetzt sagen, das ist so der Schritt in die Gemeinschaft, die du sicherlich auch meinst und fühlst und die ich da auch sehe. Und wenn man auf dieser Basis dann Entscheidungen treffen möchte oder sich in demokratischen Grundübungen dann versucht, dann wird das eine ganz andere Gelingenswahrscheinlichkeit mit sich bringen, als wenn man das auf höher, weiter, schneller und materialistischen, kapitalistischen oder wie auch immer welchen Grundformen, die erdacht wurden, aufbaut. Sondern da geht es eher darum, was fühle ich. Und das ist dann eben nochmal eine Sache, die vom Herzen kommt. Ja, und das Krasse ist ja, dass dieses Feld der neuen Erde, das gibt es ja schon. Das ist ja eine Ebene, die schon genährt wurde von allen, die sich da eingeklinkt haben über die letzten Jahrzehnte, also über die Bewusstseinsebene eben. Und dieses Feld der neuen Erde, das ist so krass gerade spürbar, deswegen möchte ich es erwähnen. Und da kann man sich einklinken und schon spüren, wie das ist, wenn man das runterholt. Also man kann das jetzt auch schon downloaden, sage ich jetzt mal, als Energie, sich da reinverbinden. Und da ist genau das alles spürbar, diese unglaubliche Verbundenheit, ein unglaublicher Frieden, ein unglaubliches Einheitsgefühl mit allem, was ist, mit jedem Menschen, einfach diese Verbundenheit im Licht von Herz zu Herz. Und wenn das die Basis ist einer jeden Entscheidung und wenn das die Basis ist einer jeden Begegnung und wenn man einander sieht und nicht mehr einander bekämpft, wenn man projiziert und so weiter, sondern weil man das transformiert und diesen Frieden in sich fühlt und die Verbundenheit und das eigene Gotteslicht fühlt, das eigene Seelenlicht, dann auf dieser Basis kann Großartiges passieren und auch sehr, 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 sehr schnell. Sehr schnell. Also man kann sehr schnell sagen, man zum Beispiel macht in jeder Gemeinde eine Permakultur und versorgt sich selbst und so. Es geht super schnell, wenn man das will. Oder ganz sicher gibt es ganz tolle Möglichkeiten, dass jeder mobil ist auf eine klimaneutrale Art und Weise, dass man das auch sehr schnell ändert oder auch das Gesundheitssystem umbaut zu einem gemeinschaftlichen System und nicht profitorientiert. Also es gibt so viele Dinge, die geändert werden müssen. Das wird jetzt umso offensichtlicher. Deswegen, ich bin sehr dankbar für diese Zeit, weil es jetzt einfach so auf dem Tablett serviert wird, wo alles eine Schieflage entstanden ist und was alles sich verändert werden, was alles verändert werden muss wirklich. Und wichtig ist eben, dass diese neuen Veränderungen und das ist halt so stark von der Energie, dass dieses Feld der Wirklichkeit ist so stark und wenn man da eintaucht, dann ist dieser Frieden da und dann braucht es keinen Kampf mehr oder keinen, wie sagt man, keinen, ja, also in dieser Energie kann es eben absolut aus dem Frieden passieren, diese neue, neue Manifestation, diese Manifestation der neuen Erde. Ich meine, was man aus Frieden und Liebe erschaffen möchte, wenn es das Ziel ist, dann muss man es aus Frieden und Liebe erschaffen, dann darf das nicht aus irgendwas anderem sein. Und das Schöne ist, man kann sich einklinken, jeder, der jetzt an den Stellen sitzt, die jetzt wichtig sind für diese neue Zeit, der kann sich in dieses Feld einklinken und schauen, was gibt es jetzt zu tun. Also ich finde, das ist auch wichtig zu erwähnen, all die, die jetzt an wichtigen Positionen sind, sind aufgefordert, in dieses Feld einzutauchen und zu schauen, was gilt es aus diesem Frieden zu tun. Ja, sehr spannend. Du hast ja auch gerade gesagt, man kann sich jetzt da schon einklinken und das Feld, das Energiefeld der neuen Erde ist da. Das ist letztendlich ja, wie du sagst, ein Energiefeld und daraus formt sich dann eben das, was sich manifestiert Stück für Stück. Wie würdest du sagen, oder wie würdest du es jemandem sagen, der jetzt davon noch nie was gehört hat, wie kann man sich da einklinken? Also viele sind eingebunden in der alten Matrix, sage ich jetzt mal so, sind da sehr verhaftet, haben natürlich auch immer wieder Triggerpoints. Ich selber merke das ja auch. Also ich denke, jeder merkt das, dass wenn man sich mal wieder aus dem Fenster rauslehnt und dann sieht, was da für ein Sturm weht und was da komisches alles läuft, dass einem dann auch mal die Frisur schief sitzt, sage ich jetzt. Also das heißt, das hat ja Einfluss auf uns. Wie können wir uns da noch besser auf das neue Energiefeld einschwingen? Wie können wir uns da einklinken? Und wie können wir vielleicht auch erstmals da reinkommen? Denn wenn wir da erst mal drin sind, so wie wir beide jetzt auch, fühle ich mich sauwohl, mit dir jetzt mich zu unterhalten. Und ich denke auch, jeder, der zuhört, ist vielleicht inspiriert und hat positive Gefühle. Und wenn ich aber da nicht gerade drin weile, wie komme ich da wieder rein? Also wichtig zu verstehen ist, solange die Dualität existiert, was ja der Tat tut, wir sehen es sehr anschaulich. Man muss sich keine Sorgen machen. Die Energieeinstallungen aus der Wirklichkeit sind so enorm stark, dass man sich wirklich so leicht wie nie zuvor einklinken kann in die Wirklichkeit. und ein energetisches Grundgesetz. Es ist ganz normal, dass wenn sehr viel Licht reingesandt wird, egal ob es in der Aura ist, egal ob es in der Gruppe ist, dass dann das, was noch dunkel ist, wusch, kommt es hoch. Und das passiert sehr anschaulich gerade. Wie auf der Seite. Man kann es überall sehen. Und das sollte einem keine Angst machen, sondern es ist ein Zeichen der Zeit, dass sehr viel in Transformation ist. Nicht nur im Außen, sondern vor allem in einem Selbst. Und das ist jetzt die Möglichkeit, das alles zu transformieren. Und so schnell wie noch nie zuvor. Und ganz viele Strukturen, die in einem sind, ob das Ängste sind oder Unsicherheiten, dann auch kollektive Energien, die man so aufnimmt durch die Resonanzen. Da ist wichtig, sich möglichst täglich energetisch zu reinigen. Das ist bereits über, wenn man sich duscht, möglich. Aber auch sich auszuklinken aus kollektiven Gedanken. Also möglichst die Medien zu meiden, weil die einfach verrückt spielen und viel Angst verbreiten. Also da sich auszuklinken, bewusst auszuklinken und immer mehr bei sich selbst anzukommen und zu schauen, okay, was tut sich denn in mir? Das ist eine hochenergetische Zeit. Und der eigene göttliche Kern, das eigene göttliche Feuer, das ist wirklich so präsent in dieser Zeit. Also es ist wirklich, wenn man dann sich energetisch reinigt, eben einfach mal duschen, eine Kerze anzünden, sanfte Musik und dann nach innen gucken. Also über die Meditation schauen, was sich da zeigt. Und dann vielleicht zeigt sich erst mal auch was anderes, wie eben Ängste, was weiß ich, einfach das kommen lassen. Und dann den Hauptfokus auf dieses Licht, auf dieses Leuchten in einen. Das ist so unglaublich stark in dieser Zeit. Also das ist wirklich krass. Ich sage nur, vor 20 Jahren war es nicht so einfach wie jetzt. Da musste man wirklich noch sehr viel meditieren. Also so zehn Tage mindestens, um ein bisschen davon zu fühlen. Zehn Tage, zehn Stunden am Tag. Und jetzt kann man das wirklich mit einer kleinen Übung und dann nach innen zu blicken und sich wieder zu verbinden mit diesem Herzenslicht, dem göttlichen Kern und dann den Frieden zu fühlen. Einfach nur Frieden zu fühlen. Ja, und für all die, die Meditationsanfänger sind, es gibt ja ganz, ganz viele Meditationen. Also da, wo man merkt, so, boah, da gehe ich in Resonanz mit dem Medium oder mit dem Heiler, das wirklich zu nutzen. Aber immer wieder auch selber zu schauen, okay, wann komme ich gut in diese Energie? Oftmals nachts ist halt das Kollektiv sehr ruhig. Da ist es leichter, in die Energie einzutauchen. Aber es ist tatsächlich mit einer einfachen Übung möglich. Und wenn man dann in Verbindung ist mit dem eigenen Sehnlicht und spürt so diese göttliche Flamme, die in einem ist, dann kann man darum bitten, die eigenen inneren Helfer, man hat ein eigenes energetisches Team um einen herum. Jeder Mensch hat das. Jeder Mensch hat den Schutzengel. Jeder Mensch hat eine persönliche Engelsgruppe. dann einfach die Bitten, einen mit dem Energiefeld der Bewusstseinsebene der neuen Erde zu verbinden. Und dann fühlt man, wie die Energie einfließt, weil das ist wirklich, es ist so, es ist so nah, es ist schon da. Und wenn das dann so einfließt, einfach genießen, was da kommt. Da kommt ganz viel Verbundenheit. Da kommt ganz viel Frieden, weil das ist ganz viel Christusenergie, die da auch drin ist. Da kommt ganz viel Geborgenheit, ganz viel Engelenergie. Also es ist hoch energetisch, wenn man sich da einklingt. Und das bestärkt einen im eigenen Seelenlicht. Und das ist einfach das Allerschönste, sich selbst in diesem Licht zu fühlen. Und wenn man das einfach kurz macht am Morgen, das verändert den ganzen Tag. Man geht anders durch den Tag. Und das Schöne ist ja, je gestärkter man im eigenen Licht ist, je gestärkter so die Aura-Farben sind, umso mehr leuchtet man das in die Welt, dieses Licht, sein eigenes Licht. Und umso mehr kann man auch Menschen anziehen, die zu einem passen in dieser Zeit. Und das ist so wichtig. Wie gesagt, wir haben heute nicht umsonst das Thema der Gruppe, der Vernetzung, des Sichtbarwerdens. Je sichtbarer man wird in seinem eigenen Licht, umso mehr kann man gefunden werden von anderen, die nach einem suchen. Also wirklich suchen. Also ich kenne das auch, dass ich auf der Suche war nach den Menschen, die ich gesucht habe. Und es war sehr viel Sehnsucht da. Und wenn man dann diese Menschen gefunden hat, ist es wie so, Gott sei Dank, endlich. Wundervoll. Ja, du hast das so schön eben beschrieben. Also die Bilder kamen mir auch alle so vor Augen und die Energien und das Gefühl dazu. Es ist ja so wirklich diese Resonanz, die dahinter steckt, dieses Resonanzgesetz. Wenn ich das so aussende, dann kommen auch dann eben die Richtigen wieder zu mir. Und dann bilden sich ja neue Gruppen. Dann lerne ich Menschen kennen, mit denen ich vorher vielleicht zwar schon mal was von wusste, aber gar nicht so eine Nähe hatte. Und plötzlich erkennt man sich auf einer ganz neuen Ebene. Und andere gehen auch wieder weg. Das ist auch das, was ganz viele heute ja erleben, dass sich das Umfeld ändert, dass Freundschaften zerbrechen, ja sogar Familien. Und dafür aber sich auch wieder neue Dinge ergeben, neue Verbindungen, neue Gruppen, in denen man sich wohl fühlt, geborgen fühlt, wie du es sagtest, und hingezogen fühlt. Und das ist auch wieder förderlich. Denn was wir ja auch erleben durften bei diesen Meditationen, dass jeder, der dazu kommt, das Feld eben verdoppelt. Ja, also das heißt, wir haben eine Potenzierung durch jeden eigenen Beitrag, also durch jede Seele, die in eine Gruppe hineinkommt, kann sich dieses Kraftfeld wirklich exponentiell entwickeln. Und das ist so eine gigantische Kraft, die du ja auch gerade beschrieben hast. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Das heißt also, diese neue Zeit und die neue Erde, von der du ja auch gerade schon berichtet hast, an dessen Schwelle wir letztendlich ja stehen, die ist da. Und ich selber habe es für mich ja in der Hand, ob ich mich auf die Frequenz einschwinge oder nicht. Das heißt, ich brauche ja auch auf niemanden zu warten. Also jeder Einzelne hat es in der Hand. Das ist ja eigentlich eine frohe Botschaft, oder? Total. Ja, total. Es ist ja schon da. Das Schöne ist, es ist schon da, das Feld. Und man kann es selber nähern. Das ist das, worauf man seinen Fokus lenkt. Das nährt man. Und das ist ja das Krasse in dieser Zeit, wenn man den Fokus lernt auf das, was nicht in Ordnung ist, dann nährt man das auch auf eine Art und Weise. Und die eigenen Resonanzen kommen hervor, was aber auch in Ordnung ist. Dann kann man das transformieren und das umarmen und merken, wow, die Ängste sind da, Hilfe. Und wenn man das transformiert hat, ist ja wieder Frieden da. Also es ist so und so ein Weg in den Frieden. Und ich meine, entweder man geht über den, man verändert was über den Weg, über Leid eben, dass man merkt, wow, mir geht es nicht gut, ich muss was verändern in mir und dann löst man, transformiert man das. Oder man klingt sich ein in dieses Friedensfeld. Und es gibt immer zwei Wege der Heilung, eben das zu transformieren, was sich an Negativen zeigt, ist ein super Weg der Heilung. Oder das zu nähern, was schon Gutes da ist, in einem selbst auch. Weil diese Felder der Heilung, also ich arbeite ganz viel mit der Aura, oder es gibt auch ganz viel Lichtblasen, die sich in der Aura zeigen. Und da nähern sich halt genau diese Felder der Wirklichkeit in uns. Und die öffnen sich dann, wenn man dazu bereit ist. Und je mehr man sich natürlich mit der Wirklichkeit beschäftigt, umso mehr nähert man diese Felder in sich selbst. Also das muss man sich wirklich bewusst machen, dass man da, worauf man seinen Fokus lenkt, und das ist wirklich eine Herausforderung dieser Zeit, die immer, immer wichtiger wird, auch für die kommende Zeit. Ja, das ist genau die Herausforderung, wie du gerade schon gesagt hast. Und da liegt aber auch die Chance drin, weil ich es eben selber in der Hand habe. Wenn ich jetzt in diese Fokussierung auf das Gute gehe und dann auch mit mehreren, also mit anderen gemeinsam das tue, dann erschaffe ich ja wieder neue Felder. Du hast es gerade auch am Beispiel der Aura, wo halt dann Energien sich andocken oder auch entwickeln als Lichtblasen wieder. Das ist letztendlich, wie soll ich sagen, es ist eine Entwicklung, ein Entwicklungsprozess, den jeder Einzelne mit unterstützt und gestaltet. Jetzt haben wir das momentan mal so auf der reinen energetischen Ebene besprochen, aber wie wird es denn physisch? Weil wir werden ja auf der neuen Erde, so wie ich es bisher wahrnehme, schon auch in unserem Körper ja weiter wandeln und wir werden auch physisch aktiv werden. Es werden sich aber ja neue Berufe entwickeln, es werden neue Herausforderungen auf uns zukommen. Was fühlst du, was siehst du in diesen Bereichen, was auch Gruppen angeht und auch zum Beispiel die Kraft des Manifestierens. Also es ist immer erst, so am Anfang war das Wort, ja, also zuerst ist die Idee und daraus erschaffen wir dann etwas Niederschwingenderes in Häkchen, also was Physisches, was ja dann sozusagen wieder diese Welt ausmacht, in der wir sind. Ja, das Schöne ist, dass wenn man in dieser Energie der neuen Erde ist, das schwingt unglaublich stark auch die Manifestationskraft an, weil das ein wesentlicher Pfeiler, sage ich mal, von dieser Ebene der neuen Erde ist, dieser Bewusstseinsebene. Das heißt, man wird unglaublich schnell im Manifestieren von Beziehungen, von Netzwerken, von was es dafür braucht. Man hat unglaublich viel Kraft, weil wenn man in dieser eigenen Strahlkraft und Leuchtkraft ist, dann ist unglaublich viel Schöpferkraft da und dann geht ganz vieles von selbst und auch diese Netzwerke, wir wissen ja, wie viel möglich ist, wenn eine Gruppe von zehn Leuten zusammenkommt, zack, steht ein Haus. Das geht da wirklich sehr, sehr schnell. Und jetzt muss man sich das für das große Ganze vorstellen, wenn eine Gruppe von, also sagen wir mal, ja, stellen wir uns ruhig vor, wenn der Großteil der Menschheit einfach an einem Strang zieht. Aber wenn wirklich sehr viele findige Köpfe zusammenkommen, dann ist so viel möglich. Es gibt so viele schlaue Menschen auf der Erde. Und ich sehe sowas für die neue Zeit wie Arbeitsgruppen, wo Menschen aus einem Bereich zusammenkommen und sagen, wie können wir das schaffen? Wie können wir erstmal die grundlegenden Probleme der Menschheit lösen? Sowas wie Welthunger. Das muss wirklich nicht sein. Dass jeder einfach mal nur so Grund, die Basis Versorgung hat. Essen, Wohnung. Und also einfach nur die, dass jeder gut leben kann. Also ich denke, dass da auch diese ganze Umstrukturierung mit den Strukturen, dass das relativ schnell gehen kann, wenn dann einfach die Leute da, die richtigen Leute da sind. Weil die Sehnsucht ist ja in jedem Menschen da, nach Veränderung, nach dieser Gemeinschaft, nach Frieden. Und ich meine, das sind die meisten, die sich das wünschen, dass es Frieden gibt, sagen wir es so. Dass es ein Miteinander gibt. Ja, absolut. Ich denke, das war auch letztendlich schon immer so. Und nur wenige haben sozusagen die Herde getrieben, unterm Strich. Und jetzt beginnt die Herde, sich dessen bewusst zu werden, sage ich mal. Und damit auch diesen Transformationsprozess zu nutzen, um zu erwachen. Und es geht um ein Wachen auf verschiedensten Ebenen. Und die, denke ich, wesentlichste Ebene wird dann auch eben diese spirituelle, geistige Ebene sein. Mensch, erkenne dich selbst. Und dann eben diese Schöpferkräfte auch zu nutzen. Und wie du sagst, wird in dem neuen Erdenbild diese Manifestation und Schöpfung dann auch viel schneller vonstatten gehen. Also hier sind ganz viele Entwicklungen, die parallel letztendlich dahin laufen werden, dass wir eine riesige Veränderung bekommen, die dann uns dahin führen, in ein erfüllteres, wacheres und bewussteres Leben einzutauchen. Diese, ja, diese Übergangszeit jetzt, hast du dafür einen Zeithorizont? Hast du da auch ein Bild, also wo du das siehst, in welchem Jahrhundert oder in welchem Jahrzehnt? Oder wie nimmst du das wahr? Also ich wünschte, ich könnte eine Zeit sagen, weil jeder möchte ja eine Zeit. Ich wünsche mir auch eine Zeit. Und so. Manchmal habe ich das Gefühl, fünf Jahre könnte das jetzt sein. oder so. Manchmal habe ich das Gefühl auch schon gehabt, so morgen oder in hundert Jahren. Also das ist wirklich, weil die Zeit, die ist so enorm intensiv und krass von der Energie. Also lang kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es dauert. Aber lang ist halt auch wirklich relativ. Weil wenn man erwacht ist, sage ich mal, dann merkt man, wie kurz so ein Menschenleben ist. Und dass Zeit eigentlich nicht existiert. und von daher ist sowas wie ein Jahrzehnt ist halt eigentlich zack. Aber, also trotzdem, hier auf der Erde gibt es die Zeit. Und durchaus, also manchmal habe ich das Gefühl, es kann super schnell gehen. Wie gesagt, also es gibt ja auch Dokus, die sagen, okay, man könnte die Erde innerhalb, die Ernährung der Erde super schnell umstellen, innerhalb von einem Jahr auch. so das, also es gibt ja wirklich schon Leute, die sehr, sehr schlaue Ideen haben. Und es braucht halt diesen Moment, wo die Menschheit erwacht. Das ist, was ich so spüre, diese, diese Basis für diese neue Erde. Und dann ist einfach super viel möglich, wenn man an einem Strang zieht, sagen wir mal so. und dieses Thema jetzt mit diesem, mit Corona hat ja gezeigt, dass es möglich ist für eine Menschheit, sich auf ein Thema zu einigen. Ja, und jetzt, wenn das Thema wäre, es wäre Frieden für die Erde, wie krass wäre das eigentlich, wenn alle sagen würden, das ist jetzt unserem Wichtigsten. Dann könnte man wirklich alles verändern. also, wie gesagt, also da, ich habe jetzt nicht so, die, ich bin kein Hellseher, ja, und ich weiß, dass die Zukunft halt wandelbar ist und in unseren Händen liegt und eigentlich spüre ich halt immer wieder, ja, es ist halt einfach, liegt an uns, wie schnell es geht. Es liegt an jedem Einzelnen und wenn jetzt die Menschen erwachen, die halt jetzt auch dran sind, ja, die spüren, ich muss was verändern, dann ist man dran, was zu verändern, man ist Teil davon und das kann man nicht auf, also man kann jetzt nicht nur sich hinlegen und sagen, ich warte jetzt mal, sondern, wenn man spürt, man hat einen Teil dazu beizutragen und das hat im Grunde jeder auf eine Art und Weise und wenn es einfach nur ist, in Anführungsstrichen im Frieden zu sein und diesen Frieden zu teilen, ja, das ist schon auch das Tollste, was man machen kann, ja, aber wenn man gerade an Positionen ist, wo man was bewegen kann, wenn man spürt, man möchte sich vernetzen, dann dem zu folgen, weil umso schneller geht das dann auch, ja, also, also meins, das ist aber jetzt meins, ist halt immer, dass ich denke, wir sind halt der Wandel, wir sind das einfach und deswegen tue ich mich immer schwer mit so Zeiten, weil das, das ist dann so eine, für manche so eine Ausrede, weil sie sagen so, ach ja, ich warte jetzt diese fünf Jahre, die Shana hat gesagt, in fünf Jahren und dann beschwert man sich in fünf Jahren, weil es ist ja noch nie, ne, also diese, auch die geistige Welt, damals auch mit dem 2012, sie geben diese Zahlen durch, damit man sagt, da arbeiten wir jetzt hin, als Gemeinschaft, ja, und es ist ja unglaublich viel passiert und es ist auch in diesen letzten Jahren, es ist unglaublich viel passiert, in so kurzer Zeit, wie nie zuvor und deswegen kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, was in den nächsten Monaten, also ich finde, man ist spürbar, dass in den nächsten Monaten es wie auf so ein Nadelöhr zugeht, irgendwie von der Energie und ich bin auch gespannt, was dann so, was dann, aber ich sehe halt, dass es ein Multiplikator-Effekt ist und Menschen erwachen und dann kann es super schnell auch gehen, ja, es ist alles möglich. Sehr schön. Ja, es ist ja auch ein bisschen eine provokative Frage auf jeden Fall dann gewesen am Ende, aber, ja, man will sich ein bisschen orientieren, aber das Entscheidende, denke ich auch, was du ja gerade sagtest, jeder kann es mit beschleunigen, denn wenn ich heute bereit bin, aufzustehen und mein Leben eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen und zu hinterfragen und zu schauen und mich zu erkennen und plötzlich in diesen, ja, in diesen Strömungskanal reinzukommen, ja, in diesen Geburtskanal reinzukommen, dass ich sozusagen mich selber entdecke, erwache, Stück für Stück und damit, ja, viel kraftvoller noch agieren kann und meinem Herzen folge und dann werden Dinge möglich, die ich gestern noch nicht für möglich gehalten habe und damit ist das Ganze natürlich sehr dynamisch und wie hat es uns vorhin ja schon gesagt, eine, ein Mensch, eine Seele mehr, die genau in so einer Gruppe dann sich engagiert, verdoppelt sozusagen die Energie und damit ist das, denke ich, auch dann ein sehr, sehr dynamischer Prozess. Wir sind da mittendrin, wir haben uns alle wahnsinnig im Grunde genommen ja auch darauf gefreut, wenn wir jetzt mal vor dieser Inkarnation vielleicht zurückgehen als Seelen, uns sogar hier ja verabredet, so wie wir das ja auch schon mit ganz vielen lieben Seelen auf dem Channeling-Kongress erlebt haben, wo wir so ein Feedback bekommen haben, dass man sich eben wie zu Hause fühlt, dass man sich wie verabredet fühlt, auch alle Referenten und Medien, die das ja auch empfinden und diese, diese, ja, ich sag mal, diese Energie und dieses Verbundensein, was ja örtlich auch unabhängig ist, wie wir jetzt über diese virtuelle Ebene letztendlich ja 2020 auch gestartet haben mit dem ersten Online-Kongress, das funktioniert ganz hervorragend und damit haben wir ja heute auch ganz wunderbare Werkzeuge in der Hand, von denen wir vor 10, 20 Jahren noch gar nicht geträumt hätten sozusagen. Also auch das wird eine Beschleunigung mit sich bringen, von der wir heute ja wahrscheinlich noch gar nicht mal was wissen unbedingt. Ja, und das Krasse ist, mir kam noch der Gedanke, dass wenn man jetzt spürt, so okay, jemand spürt, so war, ich weiß noch nicht, wo soll ich hin, was soll ich machen, man kann sich in dieses Feld einklinken von der neuen Erde und spüren, wozu man da ist. Das ist alles da. Dieses Feld der neuen Erde, das bringt dein Licht zum Leuchten und das lässt sich fühlen, wozu du da bist. Und da musst du gar nicht wissen, okay, der und der Beruf oder die und die Tat, sondern so, okay, wenn ich mich jetzt verbinde mit diesem Licht und was es in mir bewegt, die Tatkraft oder einfach diese Lebendigkeit, die Lebensfreude, wozu ist mir denn daraus? Was kommt denn da für ein Impuls? Fange ich dann vielleicht was an, was ich schon lange vorhatte oder trage ich einen Traum im Herzen, was ich schon immer mal, also so in der Kindheit oder so, was kommen da für Fähigkeiten hoch, die man eigentlich hat und vielleicht ist auch die Traurigkeit, die man spürt, eigentlich die Sehnsucht, das zu leben und es ist jetzt die Zeit, das zu tun und da kann man sich reinklinken in das Feld und das spüren und dem nachgeben und dann das tun oder man kann sich ausklinken und traurig sein, also man hat die Wahl dann. Ja, sehr schön. Also wir sind aufgefordert zur Veränderung, wie du das auch schon sagtest und das sehen wir auch im Äußeren, dass ja viele, jetzt sogar in ihrem Beruf, wo sie viele, viele Jahre gearbeitet haben, bedroht sind, den eben zu verlieren und wo ich auch bei einigen schon erlebt habe, dass es für sie eher ein Segen war, weil sie jetzt unter diesem Druck den Absprung dann gemacht haben und damit jetzt was Neues für sich entdeckt haben. Also sowas geht und das würde ja dementsprechend, was du gerade gesagt hast, also mehr dem Herzen zu folgen, das, was wir an Veränderungen und der Mensch war ja oder ist ja auch immer so gerne sehr bequem, also lassen wir mal alles, wie es ist, da war ja gar nicht so schlecht, also Mut aufzubringen und diese Ängste auch zu überwinden. Welche Rolle spielen denn überhaupt Ängste bei diesen aktuellen Prozessen, auch bei Gruppenprozessen? Ja, also ich denke, da muss man ganz ehrlich mit sich selber sein und schauen, okay, was für Ängste kommen da hoch und die anzunehmen und nicht zu sagen, ich drücke sie jetzt weg, das wäre so das Blödeste, was man gar tun kann, sondern zu sagen, okay, die sind jetzt da und einfach, ich meine, es ist so leicht wie möglich, wie gesagt, wie nie zuvor zu transformieren. Das heißt, allein schon, wenn man die zulässt und sagt, okay, das möchte mir was sagen, ich hatte zum Beispiel, ich kann jetzt nur von mir jetzt erzählen, als Beispiel, letztens ein Auftritt, eine Riesenangst, Lampenfieberangst, schon davor, Wochen davor und in der Nacht vor dem Auftritt habe ich mir Interviews angeschaut von Künstlern und gemerkt, so wow, zum Beispiel Jacques Prell, der einer der größten Künstler ist, finde ich, der hat Riesen, Riesenlampenfieber. Also das will einem, was ich nur sagen will damit, das will einem nicht abhalten davon, weil manche Leute sagen, ah ja, dann mache ich das nicht, weil da ist ja Angst da, sondern nein, es ist manchmal genau das, dass es einem sagen will, hey, das ist wichtig für dich, das ist dir so, so wichtig, dass du, dass du dich so sehr zum Beispiel unter Druck setzt, dass da dieses zum Beispiel Lampenfieber da ist oder die Angst, die zeigt sich auch nur, weil du dich jetzt so langsam auf diesem Weg machst und vielleicht eine Angst vor dem Unbekannten ist. Also egal, was sich da zeigt durch diese Angst, es gibt ja viele Ängste, annehmen, einfach, dass sie da sein darf. Und wenn man die einfach da sein lässt, ganz oft transformiert die sich in dieser Zeit wie von selbst bereits. Und wenn man dann tiefer geht und erlaubt, dass dieses Licht, was in einem ist, dann in den Fokus rückt und zu schauen, was ist es denn, was mir, was dahinter der Angst liegt. Es ist wirklich, es ist wirklich auf dem Tablett heutzutage, ganz oft, also nicht immer, aber ganz oft. Und das ist jetzt die Möglichkeit, sich mit dem, was hinter der Angst ist, zu verbinden und zu schauen, was will dadurch einen geboren werden, zum Beispiel für diese neue Erde oder was hat man lange nicht gelebt, was jetzt einfach dran ist. Und da kann niemand, also natürlich kann man sich ein bisschen Unterstützung holen, damit es ein bisschen leichter geht, aber das muss trotzdem jeder selber machen am Schluss. Diesen Schritt zu sich selber und diesen nächsten Schritt daraus aus dieser Verbundenheit mit dem eigenen Licht. Und das ist, was ich ganz stark für die neue Erde sehe, dass jeder aus diesem Licht heraus agiert und sich vernetzt und aus dieser Verbindung mit diesem neuen Bewusstsein der neuen Erde für das große Ganze wirkt. Und dann ist ein Wunder möglich, weil dann geht ganz alles rasend schnell. Auch die Vernetzung ist in diesem Feld der neuen Erde einfach super schnell. Die Telepathie, zack, zack, zack. Super, ja, das hört sich gut an. Und du sagtest eben ja auch, sich Unterstützung holen. Mir ist nochmal so auch eingefallen, die Kraft der Gruppe kann ja auch da unterstützen. Also wenn ich in einer Gruppe bin, habe ich selber aber Angst, jetzt vor einer Sache zum Beispiel und erfahre, dass andere, so wie du das ja auch dann dir bei Interviews angesehen hast, andere Künstler haben zum Beispiel auch Angst, durchaus bei Lampenfieber eben vor großem Publikum aufzutreten, von denen man es vielleicht gar nicht gedacht hätte. Oder aber die Gruppe kann einen bestärken und einem Mut zusprechen. Dann sind ja auch dort diese Gruppen ideal, um vielleicht bei den eigenen Ängsten dann einfach zu flankieren, zu unterstützen und zu begleiten. Absolut, das sehe ich jetzt gerade für diese Phase, in der wir uns befinden, für diese Anpassungsphase, sage ich jetzt mal, von dieser dritten Dimension in die fünfte Dimension, kann man es auch nennen. Also dieser Übergang, für diese Übergangsphase sehe ich sehr stark, dass eben Menschen da sind für andere Menschen, wo man einfach nur sich ausruhen kann in der Gruppe, wo man einfach nur sein kann und baden kann in der Energie der Wirklichkeit und auch vielleicht auch Gleichgesinnte trifft, aber Menschen, die einfach, wo jeder einfach das Bedürfnis hat, bei sich selber anzukommen, in Verbindung mit der Wirklichkeit zu gehen, zu schauen, was ist da in einem. Also da darf man sich durchaus auch Hilfe holen, ja in Gruppen auch oder sich zusammenschließen mit anderen, weil es einfach jetzt eine große Phase geben wird, wo Menschen einfach sich regenerieren dürfen von dem, was sie in der Dualität erfahren haben, sage ich mal. Ja, weil das war krass, muss man echt sagen. Und das Schöne ist, dass wir halt die Möglichkeit haben, jetzt zu erwachen und uns in diese Felder der Wirklichkeit einzuklinken und zu heilen auf allen Ebenen. Und das braucht ein bisschen Zeit. Jeder braucht also seine Zeit und ich finde es auch voll in Ordnung, wenn man sich echt eine riesige Auszeit nimmt und einfach mal nur nur liegt oder nur malt oder nur meditiert oder nur schaut, was ist denn da oder nur in den Wald geht, in die Natur, also das, was einem gut tut. Ja, das ist Balsam für die Seele und da fühle ich in den Worten, die du gerade sagst, auch eben wirklich diese Kraft, die da in Gruppen, in vielleicht neuen auch Einrichtungen, Heilungszentren, ja, weg vom Krankenhaus hin zum Heilungszentrum, also eben genau das zu ermöglichen, wo die Seele und letztendlich sind wir inkarnierte Seelen in dieser Matrix, die dann Heilung erleben dürfen, Heilung eben auf allen Ebenen und das ist, denke ich, gerade auch in Gruppen sehr, sehr schön möglich, weil dort einfach dann die Liebe aus der Gruppe heraus, das Verständnis, das Mitgefühl und diese Geborgenheit entsteht und der Mensch, wir als Seele sind in der Gruppe einfach gemeinsam viel lieber unterwegs und das sind, glaube ich, auch die Punkte, die einen am meisten belasten, wenn man sich sehr alleine fühlt und eben sich ausgestoßen fühlt. Also auch das, was immer wieder draußen momentan passiert, ist ja Social Distancing und Ausgrenzung und Spaltung und das ist die falsche Richtung. Wir gehen hin zur Integration, zur Annahme jedes Einzelnen, so wie er ist und finden selber darin natürlich auch unsere Transformation in der neuen Gemeinschaft und ich denke, das hat ganz viel Potenzial. Wir dürfen das heute schon, so wie du das ja auch sagtest, erleben. Es ist wirklich eine wundervolle Zeit, in der wir jetzt alle sind und wo auch so Medien wie du mit wundervollen Meditationen Unterstützung geben, Möglichkeiten bieten, um wieder in einer Gruppe sich auch zu verbinden und auch mit dem Channeling-Portal dürfen wir das jede Woche mit den Live-Meditationen ja am Freitag erleben, wo sich dieses Feld aufbaut und ja, wo wildfremde Menschen letztendlich zusammenkommen und so eine Gemeinschaft schon erleben, dass sie Glück empfinden, Geborgenheit empfinden, sich stärken, sich auftanken, sich ausruhen und Heilung erleben. Und das ist ein Segen, absolut. Deshalb finde ich auch dieses Gespräch, das war jetzt sehr segensreich und deine Wahrnehmung und deine Visionen haben mich sehr inspiriert und mir sehr viel Mut und Hoffnung und Zuversicht gegeben und auch das noch mal bestätigt, was ich selber empfinde. Also vielen, vielen Dank, Martina. Ja, ich denke, ganz, ganz viele das spüren bereits und das ist wichtig, dass man drüber redet, über diese Visionen und dass man ruhig nutzt, diese Netzwerke, die jetzt entstehen und auch diese online, sagen wir mal, Tempel des Friedens, die da so entstehen, das kann man ruhig über, also Gruppenprozesse können auch online passieren, wie wir festgestellt haben über den Kongress, wie wir jetzt feststellen, für die Rauhnacht, das Rauhnacht-Event, wie ich feststelle, auf meinem YouTube-Kanal, das ist auch eine Gruppe, also ich denke, jeder, der auch einen YouTube-Kanal hat, spürt, da entwickelt sich so ein Gruppenfeld, ja, und deswegen, da, wo man sich hingezogen fühlt, ist gerade in dieser neuen Energie, da sind Räume der Wirklichkeit, die sich eröffnen, wo man einfach regenerieren kann, sich inspirieren lassen kann, heilen kann und diese Räume werden genährt von der Wirklichkeit und werden immer, immer mehr und vielleicht ist man ja selber auch jemand, der so einen Raum schaffen wird, für andere in dem Heimatort, wo man, also in dem Wohnort, wo man ist, also das ist jetzt wichtig, diese Leuchttürme, dass die jetzt sichtbar werden für die Menschen, die das brauchen. so ist es Martina, so ist es wundervoll, es ist großartig und wir freuen uns, dass du auch als Leuchtturm bei uns mit dabei bist und wir gemeinsam noch stärker leuchten können und vielen, vielen Helfen dazu verhelfen können, auch noch sichtbarer zu werden und gemeinschaftlich wirklich dieses Feld zu nähren und zu stärken und uns dann hier in diesen neuen Möglichkeiten zu verwirklichen. Das ist sehr, sehr segensreich und ja, ich kann nur sagen, jeder, der dich noch nicht abonniert hat, möge das bitte bei YouTube machen, deine Website auch besuchen und deine Projekte, du hast gerade vorhin gesprochen, was ist das, was man erwarten kann, was machst du jetzt gerade, was sind von deiner Seite neue Projekte, die du jetzt gerade ins Leben rufst? Also ich werde es gerade von der geistigen Welt geschubst irgendwie in Richtung Yoga so ein bisschen was zu machen mit meiner Yoga-Lehrerin zusammen. Heute kam ein Yoga-Kalender als Geschenk von jemandem, Dankeschön, keine Ahnung, wer das war, Dankeschön. Und noch so Aufnahmesets, also so mobile, dass man mich hört und den anderen auch und so. Also irgendwie kommt da was, ich weiß nicht was, mal gucken. Aber auf jeden Fall, was ich geplant habe, ist meine Channeling-Ausbildung, die fertig zu machen. Also da gibt es jetzt dann den dritten Zyklus so nächstes Jahr einen Meisterkurs und das wird so das Herzstück von meiner Arbeit, weil ich finde, das ist so wichtig, dass jeder wieder den Zugang bekommt, der das möchte zur geistigen Welt, weil denn jeder hat den Channeling-Kanal und ich das so wertvoll finde und ich mir denke, wenn ich das kann, dann kann das jeder. Das ist wirklich so. Ja, also genau, das steht für nächstes Jahr zu unterhalten, meinen YouTube-Kanal weitermachen und schauen, was kommt. Also eine spannende Zeit, mal gucken. Ja, das ist es. Wohl wahr, wohl wahr. Sehr, sehr schön. Ja, und jeder hat diesen Kanal, wie du gerade gesagt hast, das finde ich auch so eine wichtige Botschaft, dass man, ja, letztendlich, dass jeder sich selbst wiederfindet und all seine Fähigkeiten und Möglichkeiten ausgräbt, die alle vorhanden sind. Und das ist ja auch ein Punkt, den wir gerne unterstützen möchten und deshalb vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch und ja, mit deiner vollen Energie da auch immer wieder reingehst, Beiträge für das Portal lieferst, beim Kongress dabei warst und auch wieder beim Raunacht-Event und vielen, vielen Dank für dein Sein, für deine Liebe, die du hinausgibst in die Welt und ich freue mich auf alles, was wir gemeinsam noch kreieren dürfen und gemeinsam dann auch in die neue Zeit gehen. Vielen, vielen Dank, Martina. Danke dir. Danke euch. Vielen Dank. Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir schon wieder am Ende dieses sehr tiefgehenden und interessanten Gesprächs, aber ich hoffe, dass es euch auch so inspiriert und berührt hat, wie es mich jetzt inspiriert hat und berührt hat. Jeder Einzelne ist letztendlich aufgefordert, jetzt aktiv zu werden. Die Sehnsucht eures Herzens wird euch führen. Ihr wisst, wo es lang geht und lasst uns gemeinsam in der neuen Gemeinschaft, in Gruppen, ja, die Energie so weit verstärken, dass die neue Welt, die neue Zeit hier anbricht und das goldene Zeitalter sich offenbaren darf. Wir alle sind deshalb hier. Wir sind dafür verabredet und in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe und vor allem Gesundheit und Kraft, Zuversicht und Liebe. Bis dann. Ade. – – – – Untertitelung des ZDF, 2020